Hallo, da bin ich mal wieder. Heute geht's weiter mit Tag 5. Morgen ist Nikolaus. Denk daran, morgen müssen die Schuhe raus. Geputzt! So, jetzt aber zurück zu Jachim und der Geschichte mit dem Lämmchen. Tschüss! Hallo, heute ist der 5. Dezember. Noch einmal schlafen, dann ist Nikolaus und ihr stellt alle fleißig die Schuhe vor die Tür, wer weiß, was sich dann da drin befindet. Wir lesen den 5. Dezember heute aus dem Buch von Justine Garda. Zeiten sind gekommen und Zeiten sind verstrichen und eine Generation ist auf die andere gefolgt. Joachim war glücklich, dass der alte Kalender keine Schokolade und keine Plastikpüppchen enthielt. Unter den Türchen waren nicht nur kleine Bilder. In dem magischen Adventskalender steckte eine sich immer weiter spinnende Geschichte. Joachim würde 24 Tage brauchen, um die ganze Geschichte zu lesen. Jeden Tag schloss sich ein neuer Pilger dem Zug nach Bethlehem an. Der 5. Dezember war ein Samstag. Samstags schliefen Mama und Papa immer lange. Nur Joachim wurde wie immer gegen 7 Uhr wach. Er setzte sich auf und betrachtete wieder das große Bild auf dem Kalender. Erst jetzt merkte er, dass ein Schäfer einen Hirtenstab in der Hand hielt. Genau wie der Schäfer Joshua. Warum war ihm das nicht schon vorher aufgefallen? Jedes Mal, wenn er sich den magischen Adventskalender ansah, entdeckte er etwas Neues. Wie war das möglich? Er konnte doch nicht jeden Tag etwas dazu bekommen auf dem Bild, was vorher nicht auf dem Bild gewesen war. Das wäre doch Zauberei. Joachim holte Tiefluft und saß ganz starr vor Verwunderung da. Vielleicht war das gerade was magisch an dem alten Adventskalender. Das Bild war nicht fertig gezeichnet, sondern entwickelte sich wie von selbst. Sobald jemand ein neues Türchen aufmachte und einen kleinen Zettel las, konnte es so eine Zeichnung wirklich geben. Joachim wusste, dass ein Rosinenbrötchen erst fertig war, wenn es ganz von selber aufgegangen war. Zuerst auf dem Blech und dann im Backofen. Er wusste, dass das von der Hefe kam. Joachim hatte schon oft geholfen, Rosinenbrötchen zu backen. Als er noch kleiner gewesen war, hatte er sich sogar vorgestellt, dass auch Kinder im Mutterleib wie so ein Brötchenklumpen aufging. War nicht die ganze Welt eine magische Zeichnung, die sich von selbst zeichnete? Die Welt veränderte sich die ganze Zeit. Sie wurde nie ganz fertig. Joachim saß jetzt noch starrer da, einen Blick auf den magischen Adventskalender fixiert, sein Körper ohne jede Regung. Wenn Gott eine ganze Welt erschaffen hatte, die sich in jedem kleinsten Winkel und Eckchen selber erschaffen konnte, konnte er dann nicht auch ein Bild machen, das sich vor den Augen seiner Betrachter entwickelte. Erst jetzt atmete Joachim wieder durch. Er war überzeugt, dass der Schäfer auf dem ganz großen Bild derselbe war, den Elisabeth auf dem Weg nach Bethlehem begegnet war. Die Frage war nur, ob er schon einen Hirtenstab in der Hand gehabt hatte, als Joachim den Kalender im Buchladen entdeckte. Das würde er vielleicht nie herausfinden. Aber jedenfalls war es eine geniale Zeichnung, denn es gab ständig etwas Neues in ihr zu entdecken. Das allein war schon so genial, wie das ganze Adventsgeschehen rund um den Adventskalender. Joachim sah sich nun auch noch einmal die Bildchen im Kalender an. Zuerst hatte es eins von Elisabeth und dem Glockenlamm im Kaufhaus gegeben. Danach war das Bild des Engels im Wald gekommen. Dann der Oldtimer und schließlich der Schäfer mit dem Hirtenstab. Jetzt öffnete Joachim die Klappe mit der Fünf. Heute fand sich dahinter ein Bild eines Ruderbootes. Im Boot saßen ein Hirte, ein Engel, ein kleines Mädchen und das Schaf und das Lamm. Joachim wusste, wer sie waren. Sein ganzes Interesse galt deshalb den Zettel. Er faltete ihn auseinander und fing an zu lesen. Schaf Elisabeth, das Lamm, der Engel, das Schaf und der Schäfer liefen auf Kieswegen und auf von Gras überwucherten Karrenwegen durch Schweden. Sie liefen durch große gelbe Felder und dichte Wälder und schließlich entdeckten sie vor sich am Meer eine kleine Stadt. Es wehrte ein so starker Seewind, dass die Wellen über den Landesteg schlugen. Weit draußen auf dem Wasser sahen sie ein Schiff mit drei hohen Masten. Am Stadtrand lag ein großes Schloss. Wir sind in Halland, sagte Engel Elfriel. Die Stadt heißt Halmerstadt. Die Wellen schlugen vom Kattegat rein. Die Uhr zeigt 1789 nach Jesu Geburt. Sind wir immer noch in Schweden? fragte Elisabeth. Elfriel nickte. Aber die Gegend hier hat noch vor kurzem zu Dänemark gehört. Der Schäfer Joshua sagte, sie müssten sich beeilen. Deshalb rannten sie jetzt durch die Landschaft, die immer flacher wurde, je weiter sie nach Süden kamen. Zwischen Weiden und Gärten erhoben sich kleine Dörfer mit einem Kirchlein und wenigen Häusern. Und weiter ging es. Das Lamm und die Beine, Schafe von Beck. Dann der Schäfer und Elisabeth Hansen. Zum Schluss der Engel. Der Engel erzählte, dass sie gerade in Schonen waren, dass die Stadt Lund hieß und dass es sich bei der großen Kirche um einen alten Dom handelte. Er blickte auf seine Engelsuhr. Die Uhr zeigt 1745. Die stolze Kathedrale steht schon seit vielen Jahrhunderten und in der ganzen Welt gibt es Kirchen und Kathedralen und der Anfang von allem war das Jesuskind, das in Bethlehem geboren wurde. Es ist so, als wenn ein einziges kleines Samenkorn in die Erde gesteckt wird und schließlich zu einem ganzen Kornfeld wird. Die himmlische Herrlichkeit verbreitete sich nämlich sehr leicht. Elisabeth staunte über die Worte des Engels. Können wir hinein? fragte sie. Der Engel nickte und sie betraten die große Kirche. Erst die Schafe, dann der Schäfer und nach ihm Elisabeth Hansen. In der Kirche ertönte das Schönste, was Elisabeth je gehört hatte. Von der großen Orgel brausten so warme und zugleich mächtige Klänge herab, dass ihr Tränen in die Augen tragen. Als der Engel es sah, sagte er, ja, wein nur. Diese wunderbare Musik stammt von Johann Sebastian Bach. Er lebte um diese Zeit in Deutschland, aber seine Musik ist in ganz Europa bekannt. Das ist auch kein Wunder, seine Musik ist wie ein kleiner Zipfel der himmlischen Herrlichkeit. Das einzige, was die Musik störte, waren zwei Schafe, die Blöden und ein Lamm, das herumsprang. Sein Glöckchen bimmelte wie verrückt. Ein schwarz gekleideter Mann kam durch den Chor. Das war der Pastor. Raus mit euch, sagte er mürrisch. Der Dom ist zu Lund, ist kein Schafstall. Da trat der Engel Elfriel vor den Pastor. Er breitete die Flügel aus und sagte, Der Herr Pastor möge sich nicht ärgern. Er möge aber auch nicht vergessen, dass Jesus in einem Stall geboren wurde. Er wird zudem auch der gute Hirte genannt. Der Pastor will plötzlich stehen, denn auch als Pastor in einem sehr alten Dom war er nicht ein Engel und dergleichen gewöhnt. Er fiel auf die Knie und faltete die Hände. Ehre sei Gott in der Höhe, rief er. So ließen sie ihn zurück. Der Engel gab ihm ein Zeichen zum Rückzug. Solche Momente dürfen nie zu lange dauern, sagte er. Vielleicht schreibt er einen Bericht an seinen Bischof. Dann wird entweder alles vertuscht oder es geraten Gerüchte über das Wunder von Lund im Umlauf. Auf jeden Fall sollte der Bischof den Pastor daran erinnern, dass das Wort Pastor Schäfer bedeutet. Nicht mehr und nicht weniger. Joshua schlug mit dem Hirtenstab gegen die Kirchenmauern. Nach Bethlehem, nach Bethlehem. Und schon liefen sie durch einen großen Park voller Vögel. Zwei Soldaten kamen auf sie zugeritten. Als sie den bunten Zug sahen, riefen sie, stehen bleiben. Die Soldaten galoppierten heran. Aber als sie sich vor den Pferden beugten, um den Schäfer Joshua zu packen, war der Zug plötzlich verschwunden, wie Tau in der Sonne. Elisabeth staunte, denn sie stand noch immer genau an der Stelle wie vorher, als die Soldaten aufgetaucht waren. Die sind ja weg, rief sie. Der Engel lachte ein bärlendes Lachen. Gewissermaßen ja, aber wir sind vor ihren Augen verschwunden. Vielleicht hat sie das so verblüfft, dass sie von ihren Pferden gefallen sind. Elisabeth staunte noch immer. Und Elphiel musste ihm noch einmal erklären, wie sie reisten. Wir reisen in zwei verschiedene Richtungen auf einmal. Einerseits auf der Landkarte südwärts nach Bethlehem und Judäa. Die andere Richtung führt uns durch die Geschichte in die Stadt Davids zur Zeit der Geburt Jesu. Das ist eine sehr ungewöhnliche Art des Reisens. Viele würden sie für unmöglich halten. Aber für Gott ist nichts unmöglich. Denn Zeiten sind gekommen und Zeiten sind verstrichen. Und eine Generation ist auf die andere gefolgt. Aber der Weg nach Bethlehem ist noch immer derselbe. Elisabeth war sehr verwundert über die Worte des Engels und bewahrte sie in ihrem Herzen. Das macht es auch leicht, allen Gefahren aus dem Weg zu gehen, fuhr Joshua fort, wenn wir mürrischen Pastoren und wütenden Soldaten nicht durch einen Schritt zur Seite entgehen könnten, dann müssen wir einen Schritt zurück in die Zeit machen. Schon eine Viertel oder eine halbe Stunde können genug sein. Mit diesen Worten machten sie sich wieder auf. Sie kamen jetzt an weiteren Feldern und kleinen Dörfern vorbei. Bald konnten sie in der Ferne wieder das Meer sehen. Nicht lange darauf standen sie an einem öden Strand. Das hier ist der Irrsund, sagte Elfriel. Die Uhr zeigt 1703 nach Jesu Geburt. Wir müssen nach Dänemark übersetzen, ehe das 17. Jahrhundert zu Ende ist. Hier ist ein Ruderboot, lief Joshua aus einiger Entfernung. Sofort stiegen sie hinein. Erst die Schafe, dann Elisabeth und Elfriel. Der Schäfer Joshua schob das Boot ins Wasser und sprang als letzter an Bord. Der Engel Elfriel ruderte und zwar so kräftig, dass das Wasser um den Bug schäumte. Das Boot schaukelte auf den Wellen, sodass das Glockenlamm während der ganzen Überfahrt bimmelte. Joshua saß hinten im Boot. Plötzlich zeigte er nach vorne und sagte, ich sehe Dänemark. Ich sehe Dänemark. Joachim glaubte selbst etwas von Dänemark zu sehen, aber nur in seinem Kopf. Er fand es seltsam, dass Elisabeth in der Zeit zurückreisen konnte. Es war auch ein seltsamer Gedanke, dass seit Jesu Geburt 2000 Jahre vergangen waren. Die Berichte über Jesus waren durch all die 2000 Jahre gereist, sodass schließlich auch Joachim von Jesus gehört hatte. Elisabeth reiste gewissermaßen in eine andere Richtung. Als Papa und Mama schließlich aufstanden, wollten sie sofort das Bild im Adventskalender sehen. Joachim zeigte auf das Boot und Elisabeth, Elfriel, Joshua und die drei Schafe. Aber er sagte nichts über die Ereignisse im großen Park. Er erzählte auch nicht, dass sie den Dom von Lund besucht hatten. Seine Eltern hätten ihn sonst blöd gefragt, woher er denn wisse, dass das ein Dom sei. Und Joachim wollte auf keinen Fall etwas über den Zettel im Kalender sagen. Nach dem Frühstück fuhren sie alle drei in die Stadt, um Geschenke zu kaufen. Ein paar Weihnachtspakete sollten bis nach Trondelheim, ein paar bis nach Südnorwegen. Da musste man das Einkaufen früh erledigen. Sie gingen in eines der großen Kaufhäuser und in der Spielwarenabteilung im ersten Stock, dachte Joachim plötzlich wieder an Elisabeth aus dem magischen Adventskalender. Ob sie aus diesem Laden mit dem Glockenlamm herausgelaufen war, jedenfalls gab es hier eine alte Rolltreppe. Aber war es nicht schon sehr lange her, dass Elisabeth dem Lamm nachgesprungen war? Er blickte zu Mama. Dieser Laden ist doch sicher 40 Jahre alt, sie sah ihn seltsam an. Noch viel älter, sagte sie nur. Das wusste er nun also. Vielleicht waren Elisabeth und das Glockenlamm also wirklich von diesem Kaufhaus losgelaufen. Joachim konnte gut verstehen, warum. Aber er kaufte nur ungehend in diesem Rummel ein. Er wurde jetzt richtig wütend, weil ihm der Krach schrecklich auf die Nerven ging. Der Samstag erschien ihm diesmal unendlich lang. Immer wieder fragte er sich, was Elisabeth und der Engel Elfriel wohl in Dänemark erleben würden. Noch schlimmer war es, dass er schlafen ging. Er musste ja unter dem magischen Kalender liegen, der vor Geheimnissen nur so überquoll. So nah bei allen den Geheimnissen zu schlafen, war fast wie in einer Schokoladenfabrik zu wohnen, ohne die kleinste Praline kosten zu dürfen. So, das war's jetzt erstmal wieder. Und ich wünsche euch eine gute Nacht. Schuldig die Holperer beim Lesen, das passiert schon mal.